Leute, ich werde euch heute zeigen, wie ihr einen wirklich echten Virus auf euren Rechner erstellt. So, als erstes. Ja. Echter Mausklick und dann ein neues Text Neue Textdokument Textdokument So. So. Das lassen wir einfach so. Und ja, dann öffnen wir das. So, da schreibt ihr jetzt folgendes rein. Start Virus Punkt B A T Sieht das so aus. Dann geht ihr auf Datei. Speichern unter. Desktop Gibt ihr hier ein Virus Punkt BAT Ja, und geht da, wo Textdokument steht. Da nicht auf Textdokument. Sondern auf Alle Dateien. Dann speichert ihr das ab. Man könnte das schließen. Und Und Ja, dann habt ihr hier die Datei, die euch erschrecken. Okay, ich öffne jetzt muss drei runter und dann öffne ich die Mega Datei. Drei Zwei 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 Oh, scheiße. What the fuck, man. Ja, das beinhaltet der Virus. Es ist sehr cool, um Freunde damit zu verarschen. Ja, wenn ihr heute im Rechner neu startet, dann ist alles wieder okay. Okay, also, äh, ich mach bloß, ne, ciao, bitte abonniert mich und dieser Virus funktioniert wirklich, naja, ciao.